Wo ist mein Handy? Entschuldigung, ich habe dich nicht verstanden. Entschuldigung, ich habe dich nicht verstanden. Ich habe dich gefragt, wo mein Handy ist. Ich habe dich gefragt, wo mein Handy ist. Das weiss ich nicht, keine Ahnung. Das weiss ich nicht, keine Ahnung. Es liegt neben dem Fernseher. Es liegt neben dem Fernseher. Es liegt auf dem Tisch. Es liegt auf dem Tisch. Ist es in deiner Jackentasche? Nein, es ist nicht in meiner Jackentasche. Nein, es ist nicht in meiner Jackentasche. Nein, es ist nicht in meiner Jackentasche. Wo bist du? Ich bin in der Jackentasche. Wo bist du? Ich bin in der Jackentasche. Was? Nein, es ist nicht in meiner Jackentasche. Nein, es ist nicht in meiner Jackentasche. Ich bin in der Jackentasche. Ich bin in der Schule. Ich bin im Einkaufszentrum. Ich bin im Einkaufszentrum. Ich bin im Einkaufszentrum. Ich bin im Einkaufszentrum. Ich bin in einem Restaurant. Ich bin im Einkaufszentrum. Ich bin im Einkaufszentrum. Ich bin in der Bank. Ich bin im Bus. Ich bin bei der Friseurin. Ich bin bei der Friseurin. Ich bin beim Arzt. Ich bin beim Arzt. Ich bin bei Tom. 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 Ich weiss es noch nicht. Ich habe keine Pläne. Ich fahre mit meiner Familie in die Berge. Dort werden wir wandern. Dort werden wir wandern. Ich werde Skifahren. Ich werde Skifahren. Ich werde ausschlafen. Ich werde ausschlafen. Warum bist du nach Deutschland gekommen? Warum bist du nach Deutschland gekommen? Ich bin nach Deutschland gekommen, weil ich hier eine Arbeit gefunden habe. Ich bin nach Deutschland gekommen, weil ich hier eine Arbeit gefunden habe. Ich bin nach Deutschland gekommen. 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 Ich bin nach Deutschland gekommen.